Herzlich Willkommen. Das ist ein kleines Infovideo von mir. Ich heiße Bastian Ninos und erst mal herzlich willkommen auf meinem YouTube Channel. Ich bin Mitglied im Modellbaukeller Bochum, unschwer zu erkennen. Ich bin in unseren Räumen und ich wollte einfach mal ein kleines Infovideo machen von meinem Kanal. Was kommen wird oder was ich überhaupt so mache. Was für Interessen. Ihr seht das ja auf meinem Kanal. Ich bin ein Baumaschinenverrückter. Könnte man auch sagen. Ihr findet bei mir auf dem Kanal sowohl Baustellenvideos von Abbruchbaustellen bis zu Hochbaustellen bis zu Modellbau. Es gibt auch zwei Videos. Die habe ich so. Das ist einfach so. Das ist einmal der Orkan, der im Juni hier in Bochum war, der übers Ruhrgebiet gefegt hat. Und einmal die Renovierung unserer Kirche hier in Bochum Rienke. Da habe ich auch ein kleines Video dazu gemacht. Also so ein Mitschnitt mit Bildern vom Aufbau des großen Gerüstes am Turm. Auch sehr interessant. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ja, dann möchte ich natürlich auch ganz herzlich mal mich bedanken bei meinen inzwischen 22 Abonnenten. Ich hätte nie gerechnet, dass das funktioniert so. Dass das so viele werden. Damit hätte ich wirklich nie gerechnet mit dem Kanal, den ich habe jetzt hier. Ja, dafür ein großes Dankeschön von mir. Ihr könnt mich, dürft mich natürlich weiter abonnieren. Ist klar. habe ich nichts dagegen. Dann möchte ich mich bei meinem Modellbau-Kollegen auch bedanken, die mit hier in meinem Hobbyraum sind. Wir sind eine Menge Leute schon inzwischen. Das freut mich. Und wir sind vor allen Dingen alle Nachbarn. Wir sind jetzt also keine fremden Personen. Wir sind alle Nachbarn. Wir wohnen wirklich alle in einem Haus. Und unser alter Modellbau-Kollegen war drüben in der Waschküche. Und da mussten wir leider raus, weil der Vermieter gesagt hat, ja, das soll wieder als Waschküche genutzt werden. Deswegen mussten wir dort raus. Und wir hatten viel, viel Glück, dass wir in direkter Nachbarschaft diesen Raum hier gefunden haben, in dem wir uns heute hier befinden. Und deswegen auch ein großes Dankeschön an unseren Vermieter hier, von dem wir den Raum hier haben. Ja, dann erstmal eine kleine Vorschau, wie wird es weitergehen hier mit dem Kanal. Es wird demnächst eine neue Baustelle geben in Bochum. Da werde ich Fotos von machen und auch hier kleine Mitschnitte. Da ist allerdings im Moment nicht so viel los. Deswegen habe ich da bis jetzt noch keine Fotos drüber gemacht oder keine Videos. Das wird es aber demnächst auf jeden Fall geben. So, und dann gibt es demnächst ein neues Diorama von mir wieder. Ein neues Diorama. Das Maßstab 1,50 wird das höchstwahrscheinlich. Oder im Maßstab H0. Das weiß ich noch nicht. Und was das Thema betrifft, was dieses Diorama darstellen soll, das weiß ich auch noch nicht. Aber da könnt ihr mir unten einfach mal in den Kommentaren schreiben, was ich für ein Diorama bauen soll oder was für eine Thematik dieses Diorama haben soll. Ja, dann wird es in naher Zukunft. Ihr seht es hier hinter mir. Die Modellbahn von meinem verstorbenen Vater wird jetzt digitalisiert. Da bin ich persönlich für die Landschaftsgestaltung eigentlich nur verantwortlich. Für die Technik und für die Elektrik. Das wird mein Kollege machen. Ein weiterer Kollege aus dem Modellbaukeller wird das machen. Da bin ich ganz stolz drauf. Der kennt sich. Das ist ein Elektrogenie. Der digitalisiert mir das Ding. Ja, das war soweit dieses kleine Infovideo. Ja, was heißt klein. Das geht inzwischen schon über vier Minuten. Ich wünsche euch noch was ganz, ganz Schönes. Abonniert mich reichlich. Und vielen lieben Dank an meinen Abonnenten. Ihr seid wirklich die Besten. Haut rein. Bis dahin. Euer Bastian aus dem Modellbau Keller Bochum.